Musik Da ist die E3 abgeschlossen. Wir haben es überlebt, ja die Gaming-Messe mit den ganzen YouTubern. Einige YouTuber sind auch hier, wir natürlich auch. Denn wir wollen natürlich noch viele Los Angeles-Videos machen, um das ein bisschen auszuchecken. Außerdem der Release meiner neuen Single We Are One mit Skatern und so weiter und so fort. Und was würde da besser passen als ein Besuch am Venice Beach, den ihr aus und an vielen weiteren Videos kennt. Wir werden jetzt hier ein Skateboard kaufen, ein bisschen Rumdiesen und vieles mehr. Aber erstmal gibt es hier was zu essen. Jo liebe Freunde, vielleicht kennt ihr den Skatestown auch. Da waren wir schon öfter früher. Und jetzt wollen wir uns auch ein kleines Skateboard zulegen. So ein bisschen hier über die Promenade-Büse. Ja, kommt mal mit. Ladies and gentlemen. Thanks, buddy. Follow me with your eyes, I believe how much you fetishize about this, about this. Das ist ein kleines Skateboard. Hier bei diesen ganzen Läden, die gibt es hier tausendfach an der Promenade. Da könnt ihr euch alles kaufen. Bikinis gibt es hier und natürlich auch Unterhosen für einen Benni. Was? Hier gibt es auch immer ewig viele Shows, irgendwelche Tänzer und was weiß ich was. Und er hier, bei ihm ist ganz bekannt, dass er immer bei Glasflaschen rennt. Also der macht hier jetzt kaputt alle. Die guten Pfandflaschen, ja. Macht er alle kaputt und dann rennt er da drüber. Das macht er schon seit ewig Jahren, diese Shows. Da vorne ein Flugzeug irgendwo. Für unser Musikvideo von We Are One haben wir schon mit richtig coolen Skatern gearbeitet. Und die C am Venice Beach ist natürlich der Oberknaller. Hier trifft sich so ein bisschen die Crème de la Crème des Skateboardens. Hier die Jungs in den Pools, die hier durchdüsen auf der Halfpipe. Einfach der Oberknaller. Jetzt gibt es mal ein paar nette Shows.